okay Hallöchen mal wieder vom Erfielt ja und es kann sein dass sich entscheiden für den lieben Dave gefunden heute die Moni lass ich da liegen von der hab ich genug ich dachte du hättest mich für die Sniper gegeben wo bist du? Ah hier haben wir noch ein Bayonett ja Oberetage warte lass eine Etage tiefer lass da die Sachen austauschen so ich werfe dir jetzt hier den Scheid einfach hin ich werfe dir jetzt den Scope dahin mach dann warten wir hier einfach mal einfach mal wieder die volle Moni rein tun zack ich hab aus Versehen gerade den Sniper ich geh mal unten gucken ah da ist das Scope nein schade aber ich kann auch gerade die Dingens nicht mehr reintun die äh Dingens hier das äh den Scheidämpfer den hab ich jetzt ich hab den mal zwei das ist immer ein anderer Schalldämpfer ist das hier Mosin ist meiner M544 der müsste da eigentlich reingehen nur der zeigt mir jetzt dass der nicht reingeht ich hab jetzt mal den gleichen Schalldämpfer hier ja wird dort bei CRG der Modell ist Spechgefahrt mit Militär für Operation soll er und vieles und vieles von BD Aluminium ich geh mal ich mach nein warte lass es liegen ok ich lege es wieder hin ich geh mal die Hallen hinten durchgucken und so weiter lass jetzt mal langsam von hier verschwinden man kann nicht 5 Vollgramm Airfeed rumgammeln ja Junge aber ich will mal die Sachen wieder auf meine Sniper drauf machen können warum kann ich das nicht mehr das ist unlogisch der Feuerwehrwache warst du überall ne ja warte ich laufe hier grad mitten übers Erfnüge lass mal da hinten dann bei dieser Militärbasis langlaufen egal ich nehme das Visier jetzt einfach mal mit mal gucken vielleicht ist das jetzt einfach nur ein Bug in den Hallen sind jedenfalls Sachen da liegt jetzt ein großer Rucksack und Schuhe ok warte in welcher Halle was ist der Richtung aus der wir gekommen sind in der ersten Halle jetzt hier guckst du ich seh dich ich seh dich lass mal da hinten dann noch bei diesem Militärteil nachsehen ich laufe noch eben hier in die Hallen ach wow ich werd beschossen verdammte Scheiße ich merk's ich merk's ich werd ich bin gleich tot ich bin gleich tot wo ist der ich bin gleich tot verdammt der kommt immer näher ich weiß nicht wo der hockt wow war das knapp scheiße man geh nicht da so nah ran alter wir haben so gut wie Junge der kommt von da hinten aus der Richtung des Feuerwehrteils stell dich zu mir stell dich zu mir rechts rechts geh nicht da hinten genau da hat der gerade hingeballert Junge wenn hier einer reinkommt ist der weg nimm fuck wir wollten Action da haben wir Action jetzt sind wir am Arsch scheiße ich seh alles grau so kann ich nicht kämpfen alter boah leg nicht die Waffe weg du Halodri ich glaub der kommt ich hab grad irgendwas gehört lege nicht ja ich glaub der kommt der hat auf jeden Fall eine M4 ne der macht uns kalt nimm vielleicht den Revolver okay deck mich so lange Revolver du spaß das bei mir grad rum bei mir steh ich ganz normal scheiße Alter oder sollen wir dies bohren nein beweg dich mal ja Junge du spaß das bei mir grad rum du legst du mal hundertmal jetzt die Waffe weg bei mir nicht scheiße Alter wären wir doch einfach nur weggegangen vermutlich ist er von hinten vom Airfield gekommen hat dort irgendwo die M4 gefunden und ist dann hier hingelaufen boah Alter du spaß das bei mir die ganze Zeit rum scheiße bei mir nicht du spaß das bei mir auch nicht rum du bei mir aber die ganze Zeit fuck Junge wer wartet das Junge sagt dir irgendwas ich seh jedenfalls wieder gut jetzt ist nicht mehr alles grau okay gut ich hab ein Zombie toll toll Alter ich renn grad zum nächsten Ding Alter werd ich abgeknallt der hockt bestimmt jetzt im Tower oder so ganz sicher die Schüsse kamen auf jeden Fall aus der Richtung der Feuerwehrwache hier gibt's auch keinen Hinterausgang oder nein der hat oben links da rein da oben links rein hat er geschossen ich hab die Schüsse ja ja da war so ne ganze Reihe voll mit Schüssen von dem Arschwechser Alter du backst bei mir die ganze Zeit rum bei mir nicht fuck Junge so kannst du nicht weitergehen ich geh weg vom Server bleib du da ich komm jetzt wieder drauf auf welchen sind wir nochmal Scheiße keine Ahnung Rayfart Server sind wir okay siehst du wieder drauf das kann jetzt dauern oder ja 77 Sekunden warte einfach da boah dann weh ich spawn jetzt irgendwie außerhalb davon dann werd ich sofort abgeknallt vielleicht auch nicht boah wie ich mir gerade hoffe dass du außerhalb spawst jedenfalls nicht vorne auf der Straße aber wenn du hinter der Halle spawst oder hinter der Wand dann kannst du schnell irgendwo zum Haus in Deckung rennen und den Typen vielleicht abknallen Alter ich will wissen wo der ist ich trau mich nicht da raus ey das ist der hat sich da jetzt irgendwo verschanzt das ist wie bei Sarazar und so die haben sich da der hat sich irgendwo verschanzt und will uns jetzt abknallen Alter das ist heftig eigentlich hätten wir schon längst weg müssen von dem Airfield denn jetzt sind wir selber unter Beschuss weil wir weggegangen sind vom Tower wenn wir beim Tower gewesen hätten wir den vielleicht erwischt genau da wo wir denken alles ist clear kommt einer und knallt uns ab wir sind zu leichtsinnig geworden und wir laufen einfach von Halle zu Halle Alter wir sind so doof ne ja scheiße noch 20 Sekunden dann geht die Action weiter Alter boah Junge ich bin voll Adrenalin wenigstens sehe ich wieder normal Alter ich will nicht alles verlieren meinen schönen Rucksack meine SKS alles ich schwöre dir in dem Moment in dem sich irgendetwas von mir bewegt okay ich drohne jetzt ich drohne jetzt bitte ja ich bin direkt neben dir ja du bewegst dich wieder ganz normal okay sauber ich schwöre dir wenn sich irgendwas von mir bewegt stirbt es toll aber ich sehe wieder alles total verschwommen deck mich ich esse was oder trinke was warte ich gebe mir die Morphinspritze oh jetzt ist der Server wieder am Button was machst du da ey ich habe 11 Sekunden keine Nachricht boah nicht jetzt nicht jetzt boah scheiße scheiße doch nicht jetzt verdammte scheiße toll ja ich gehe auch vom Server runter alter na bitte die Aufnahme immer noch auf Server nein aber die Aufnahme läuft noch okay ich bin auch runter ich gehe wieder drauf auf die Server jetzt Jungen sie haben wir auf den gleichen Server ja klar verlauf mitten im Gefecht kommt so ein Dreck am besten ist der jetzt irgendwie neben uns der merkt nicht dass wir spawnen dann knallen wir den ab ne ach klar alter antwort mir mal schneller ja sonst denke ich wieder dass die Verbindung abbricht hörst du mich hallo toll ganz toll die Verbindung bricht wieder ab okay nass na Junge so so nix warte auf Hoski runter geht doch ich werde die Folge hier abbrechen bis zum nächsten mal tschau